Es war einmal eine Seniorenresidenz. Dort lebten die Mitarbeiter in Saus und Braus. Die Rennmaschinen ihres Arbeitgebers beförderten sie auf schnellstem Wege und zwar direkt zum reich gedeckten Frühstückstisch der Pflege. Frisch gestärkt und frohen Mutes gab es für alle sehr viel Gutes. Arbeitsmittel topmodern halten Stress und Leiden fern. Ein Chef mit ganz viel Liebe in einem Lande voller Liebe. Sie erzählen ja gar keine Märchen. Sie sollten ihre Geschichte nochmal überdenken. Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams.